Wie geht's euch München? Alles Gute bei euch! Wer ist denn schon ordentlich durchgespitzt hier? Wir sind's auf jeden Fall. Also, wir lassen an der Stelle der Show bringen wir mal einen ganz alten Song wieder mit. Wer war denn schon mal auf dem Tokio-Track-Konzert? Also, 2006 oder so. Okay, ihr alle könnt euch bestimmt an das nicht erinnern. Was seht ihr jetzt? Jetzt passt auf. Georg hat ja heute Geburtstag. Und er hat sich was gewünscht zum Geburtstag. Ja. Und ihr solltet ihm doch jeden Wunsch erfüllen, oder? Ja. Ich auch. Und darum singe heute Black. Und wir singen jetzt auf Englisch, weil Georg das so gerne so möchte. Ich wollte unbedingt auf Deutsch, aber ich kann nicht sagen. Und wenn ihr nicht mehr singt, dann ist die Orchester. Ja, jetzt geht's mal wie schön. Ich bin jetzt nicht in der Zeit. Und wenn ihr nicht mehr singt, dann ist die Orchester. Ich bin jetzt nicht in der Zeit. Ich bin jetzt in der Zeit. Oh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020